Profitalis Therapie & Coaching ist für mich etwas ganz Spezielles. Es ist mein eigenes Geschäft, es ist meine Selbstständigkeit. Ich konnte es so gestalten, wie ich es möchte und auch das Umfeld so gestalten konnte. Ich konnte die Träumlichkeit und das Angebot wählen. Das hat sich über diese Zeit, seit ich selbstständig bin. Welche Methoden mache ich am liebsten? Das ist eine schwierige Frage. Ich mache sehr viele Sachen, neben dem, dass ich Kürze in Fussreflexzonenmassage oder klassische Massage, aber auch Training gebe und massieren, therapieren, Beratungen machen, ist es sehr schwierig. Ich glaube gerade, das vielfältige Angebot von uns und von mir macht das Ganze sehr spannend, auch für mich. Und darum habe ich nicht das Liebste, sondern ich habe eigentlich am liebsten Abwechslung von all dem. Wenn ich wechseln zwischen Training geben und mit den Leuten aktiv etwas machen, aber auch beraten im Sinne einer Trainingsberatung, aber auch psychologische Beratung oder im geschäftlichen Bereich weiterhelfen kann. Aber eben auch nachher wieder etwas ganz ruhiges machen, wie die Massage, Fussreflexzonen-Therapie usw. von dem her, es gibt eigentlich kein Liebstes, sondern eben die Abwechslung ist das, was mir sehr gut gefällt. Ich kann jetzt nicht sagen, dass ich irgendein Spezialist bin in irgendetwas oder eben eine Methode lieber mache als die andere, aber ich denke, was eine Fähigkeit ist von mir, ist, dass ich die Leute motivieren kann. Und dass ich die Leute dahingehend begleiten kann, dass sie nachher selber mit Selbstverantwortung an das Thema eingehen können. Egal ob es Gesundheit ist, Ernährung oder Training oder ob es jetzt ist, Ruppenschmerzen zu lindern. Du arme, hast du eher genau gesehen. Du bist gigantisch. Du bist auch ein bisschen mit ihm an. Du bist eben ein bisschen mit ihm an. Du bist das für gut zu. Du bist. Du bist die Übermachtigte. Du bist es in Ordnung. Vielen Dank.